In diesem Rennen steht die Veranstaltungsrekordmarke bei 54,53. Wurde im Jahr 2001 von Thomas Hundleis dieser Zingen aufgestellt. Und ich denke, dass der Dominik jetzt auf der Bahn 3 versuchen wird, diese Rekordmarke zu knacken. Also 54,53. Aufruf zum Wettkampf 21, über 50 Meter hoher Frauen. Bahn 2, Anna Zuck, Bahn 3, Annalena Weiler, Bahn 4, Freda Henkel-Leitholz und Bahn 4, Annalena Lissbach. Schau genau! Und jetzt kommen Hauptgutal für Bahn 2, über den Charmé und die Siegerzeit 55,8,0. Damit bleibt die alte Rekordmarke bestehen.